Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktüblichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und in eigener Sache, wir haben jetzt demnächst nach unserem Hauptsitz in Berlin, unserem Kanzleisitz in Hamburg und einem Standort in Halle, auch einen Standort in Frankfurt am Main. Wir haben schwer überlegt die ganze Zeit, das letzte halbe Dreivierteljahr soll es München werden oder Frankfurt am Main. Wir haben viel geprüft, wir haben viel überlegt und letztendlich war es, glaube ich, eine ganz knappe Entscheidung für Frankfurt. Wahrscheinlich war es sogar noch das, was vor zwei Wochen einfach sich so positiv ereignet hat, als ich in Frankfurt war. Das war nochmal vielleicht der letzte ausschlaggebende Faktor. Aber es ist jetzt nun mal Frankfurt geworden. Ab dem 15.11. werden wir auch dort sein. Wir sind auch jetzt schon dauernd da eigentlich, aber noch mehr und noch mehr vor Ort und noch mehr präsenter. München ist damit nicht aus dem Rennen, sondern einfach nur wahrscheinlich dann die nächste Station irgendwann im Frühjahr. Aber jetzt erst mal Frankfurt am Main, gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Mehr oder weniger neben dem Steigenberger Hotel werden wir dann zu finden sein. Aber wir gehen ja eh noch viel, viel lieber immer in die Einrichtungen rein und treffen uns dort mit den Verantwortlichen, weil dann hat man einfach noch einen viel, viel besseren Eindruck. Wenn es später am Telefon einfach mal Erzählungen gibt, nach dem Motto, na aber sie wissen doch, sie wären noch da und erinnern sie sich und das freie Gelände und nun hat sich das und das und das ein Problem ergeben. Da sagt man natürlich auch viel, viel lieber. Und auch wahr als gemäßt. Ja stimmt, ich erinnere mich. Ach, ist ja interessant. Na gut, okay. Mal schauen, was wir da machen können. So, das heißt, noch mehr Frankfurt am Main demnächst. Wir freuen uns und weiter geht es auch mit diesen Videos ziemlich sicher morgen. Bis dahin.